Erich Mende war ein deutscher Offizier, Jurist und Politiker. Von 1960 bis 1968 war er Vorsitzender der FDP und von 1957 bis 1963 der FDP-Bundestagsfraktion. 1963 bis 1966 amtierte er als Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und war zugleich Stellvertreter des Bundeskanzlers. Ausbildung und Beruf Nach dem Abitur 1936 wurde der Sohn eines Stadtverordneten der Zentrumspartei zunächst zum Reichsarbeitsdienst und dann zur Wehrmacht eingezogen. Von 1938 bis 1945 war er Berufsoffizier, zuletzt im Rang eines Majors als stellvertretender Regimentskommandeur in der 102. Infanteriedivision. Im letzten Kriegsjahr wurde ihm das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen, das er später als einer der Ersten wieder öffentlich trug. Kurz vor Kriegsende geriet er in britische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung gelangte er als Heimatvertriebener ins Ruhrgebiet und begann ein Studium der Rechtswissenschaft in Köln und Bonn. 1948 legte er das erste juristische Staatsexamen ab und wurde 1949 mit der Arbeit das Parlamentarische Immunitätsrecht in der Bundesrepublik. Deutschland und ihren Ländern zum Dr. Juer, promoviert. Anschließend arbeitete er als Dozent für politische Wissenschaften an der Universität Bonn. Nach seinem Rücktritt als Minister war er seit 1967 als Deutschlandmanager für die IOS Investors Overseas Services mit dem amerikanischen Finanzunternehmer Bernhard Kornfeld bis zu deren Insolvenz 1971 tätig. 1970 wechselte er als Wirtschaftsjurist zum Finanzvertrieb Bonn-Finanz. Erich Mende war zweimal verheiratet und hatte drei Söhne und eine Tochter. Sein ältester Sohn Walter Mende gehörte SPD an und war von 1994 bis 1999 Oberbürgermeister von Leverkusen. Erich Mende wurde auf dem Burgfriedhof in Bad Godesberg beigesetzt. Partei Mende trat 1946 der FDP bei, obwohl er ursprünglich eher der CDU zuneigte. Im Februar 1946 wurde er zunächst Landessekretär der FDP in Nordrhein-Westfalen und dann im Juni 1947 als Vertreter der Jungdemokraten in den Vorstand der FDP der britischen Zone gewählt. Seit 1949 war er Mitglied des Bundesvorstandes und von 1960 bis 1968 Bundesvorsitzender der FDP. Nach der Naumann-Affäre entschloss er sich, gegen den Kandidaten des angeschlagenen nordrhein-westfälischen FDP-Vorsitzenden Friedrich Middelhauwe für das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden Hermann Schwann anzutreten und wurde am 7. März 1953 mit großer Mehrheit zum Nachfolger des verstorbenen Hans Albrecht Freiherr von Rechenberg gewählt. 1956 gehörte er zu den sogenannten Jungtücken, die den Koalitionswechsel von der CDU zur SPD in Nordrhein-Westfalen durchsetzten und damit den äußeren Anlass für die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der FVP gaben. In die Bundestagswahl 1961 ging die Oppositionspartei FDP mit der Aussage, sie werde auf keinen Fall Konrad Adenauer zum Kanzler mitwählen. Mende gelang bei der Wahl mit 12,8 Prozent das bis 2009 beste Bundestagswahlergebnis seiner Partei. Das FDP-Versprechen, nur ohne Bundeskanzler Adenauer in eine Koalition einzutreten, konnte nicht erfüllt werden, da die CDU auf Adenauers Kanzlerschaft bestand. Zwar ging die FDP eine Koalition mit der Union ein, aber Mende lehnte die Übernahme eines Kabinettspostens ab und blieb Fraktionsvorsitzender. Trotzdem hing seiner Partei in der Folge der Ruf des Umfallens an. Im Januar 1968 kandidierte Mende nicht mehr für den Vorsitz der FDP. Zu seinem Nachfolger wurde der ehemalige Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Walter Scheel gewählt. Mende blieb aber Mitglied des Bundesvorstandes. Im Oktober 1970 trat Mende von der FDP zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion über. Da er den ostpolitischen Kurs der Regierung Brandt-Scheele nicht mittragen konnte und wurde auch Mitglied der CDU-Abgeordneter. 1948 bis 1950 war Mende Mitglied des Stadtrates von Opladen. Von 1949 bis 1980 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war er von 1949 bis 1951 und wieder von 1952 ein parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion. Von 1953 bis 1957 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und von 1957 bis 1963 Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Als Gegner der Ostverträge, die von der FDP unter Walter Scheel maßgeblich mitbestimmt wurden, trat Mende am 9. Oktober 1970 gemeinsam mit Heinz Starke und Siegfried Zogelmann zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion über. Mende wurde von 1949 bis 1969 über die nordrhein-westfälische Landesliste der FDP, 1972 und 1976 über die hessische Landesliste der CDU in den Bundestag gewählt. Erich Mende gehörte neben Ludwig Erhard, Hermann Götz, Gerhard Schröder, Richard Jäger, Franz Josef Strauß, Richard Stöcklen, Erwin Lange. Als Mende 1980 aus dem Bundestag ausschied, war er einer von noch sieben Abgeordneten, die seit 1949 im Parlament gewesen waren. Öffentliche Ämter Am 17. Oktober 1963 wurde er als Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und als Stellvertreter des Bundeskanzlers in die von Bundeskanzler Ludwig Erhard geführte Bundesregierung berufen. Als es zum Bruch der Koalition kam, trat Mende gemeinsam mit den anderen FDP-Bundesministern am 28. Oktober 1966 von diesen Ämtern zurück. Kontergangsskandal Erich Mende war der erste Politiker, der 1958 den Bericht des Bayreuther Kinderrats des Kalbeck über die Häufung von missgebildeten Neu- und Totgeborenen aufnahm und zu einer Verbreitung in der Öffentlichkeit verhalf. Damals wurde noch vermutet, die Missbildungen könnten in Zusammenhang mit Kernwaffentests stehen. Da es nach dem Zweiten Weltkrieg keine einheitlichen Melderregister für solche Fälle gab, stellte er am 14. Mai 1958. Eine Anfrage im Deutschen Bundestag mit dem Ersuchen eine Erhebung anzustellen. Ob die Zahl von Missgeburten seit 1950 zugenommen habe und ob diese in Zusammenhang mit atomaren Tests stehen könnte. Zwar wurde seine Anfrage am 18. März 1959 negativ beantwortet. Doch hatte er das Thema damit in die breite Öffentlichkeit gerückt und war damit Wegbereiter für weitere Anfragen und Untersuchungen, die letztendlich zur Aufdeckung des Kontergangsskandals führten. Kabinette Kabinett Erhard I 1963-1965 Stellvertreter des Bundeskanzlers Kabinett Erhard II 1965-1966 Stellvertreter des Bundeskanzlers Ehrungen Eisernes Kreuz II und I Klasse Nahkampfspange in Bronze Deutsches Kreuz im Gold am 30. Mai 1942 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes am 28. Februar 1945 Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Für seine Verdienste um die Verhinderung der Sprengung des Marine-Ehrenmals in Lappel erhielt Mende vom Deutschen Marinebund 1983 die Kasekundengoldene Eichenblatt. Neun Tage nach seinem Tod wurde Mende am 15. Mai 1998 vom Deutschen Bundestag mit einem Staatsabgeehrt. Veröffentlichungen Das Parlamentarische Immunitätsrecht in der Bundesrepublik Deutschland und ihren Ländern Dissertation Köln 1950 Staatspolitische Aufsätze Bonn 1952 Die FDP Daten, Fakten, Hintergründe Stuttgart 1972 Bilanz aus der Distanz Erste der Parlamentarismus in einer Krise Hamburg 1981 Das verdammte Gewissen Zeuge der Zeit 1921 bis 1945 Herbig 1982 Die neue Freiheit Zeuge der Zeit 1945 bis 1961 Herbig 1984 Von Wende zu Wende Zeuge der Zeit 1962 bis 1982 Herbig 1986 Der Annaberg und das deutsch-polnische Verhältnis Bonn Bund der Vertriebenen, Vereinigte Landsmannschaften und Landesverbände Auflage 1994 Erweiterung Sie haben die Möglichkeit, die Welt zu verlassen Die Welt der Vertriebenen, Vereinigte Landschaften und Landesverbände